Die Nebelkrehe. Hörspiel von Eike Galwitz. Mit Walter Rinneisen und Hedi Kriegeskotte. In der Regie von Andreas Weber-Schäfer. Renate, wir schließen die Kanzlei hier heute. Schalten Sie den Anruf bei Antworten ein. Ach, meine Frau wird jeden Augenblick erscheinen. Ja, wir wollen noch einige Besorgungen machen. Wie? Da ist noch jemand unangemeldet im Wartezimmer? Wer ist es denn? Eine Frau. Er hat ihren Namen nicht gesagt. Nein? Willen Sie sie ab, wenn morgen wieder kommen. Was denn noch? Ja, was ist sonderbar? Löcher im Kleid? Komplimentieren Sie sie hinaus. Was? Ein Grauskittelkleid und schwarze Strümpfe. Das mitten im Sommer. Natürlich ist das merkwürdig. Ach, sie benimmt sich merkwürdig. Warten Sie mal. Warten Sie mal. Hat sie vielleicht eine schwarze Kappe? Und schwarze Haare, sehr schwarze Haare. Aber das ist unmöglich. Das kann nicht sein. Ja, sie kann kommen. Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Ja. Auch du bist es. Wer sonst? Ich dachte... Was dachtest du? Wir sind doch verabredet, Laurence. Hast du das vergessen? Nein, natürlich nicht. Aber... Was aber? Sei doch nicht gleich so empfindlich, Laura. Ich dachte nur, ich habe gerade jemand anderes erwartet. Aber ich habe dich doch gebeten, dir für heute Zeit zu nehmen. Ich will das nicht alles allein erledigen. Schließlich soll dir die Wiege doch auch gefallen. Was für eine Wiege? Für unser Kind. Ach ja, natürlich, die Wiege. Wir wollten doch eine richtige Wiege. So eine altmodische. Weißt du, was ich gerade gelesen habe? Dass durch sanftes Wiegen und Schaukeln ein Kind die Wiederholung des Wiegens und Schaukels im Mutterleib zu erleben vermag. Das ist gut für seine seelische Gesundheit. Das ist mit dir. Nichts nicht. Sag mal, Moment, ich muss nur... Ach, doch, im Wartezimmer ist noch jemand. Ich muss Sie wegschicken. Ich verstehe. Wo ist sie denn? Was ist heute? Renate? Haben Sie Sie weggeschickt? Nein? Nein? Danke, danke. Sie können jetzt gehen. Du bist ja ganz blass. Bin ich? Diese drückende Luft. Ja, es gibt bestimmt ein Gewitter. Na, ist irgendetwas, Lawrence? Wen hast du erwartet? Doch, irgendeine Klientin, nichts Besonderes. Eine Frau? Ja. Kennst du sie? Ja. Nein, 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 nein. Lüg mich nicht an, Lawrence. Ich schwöre dir... Ich schwöre nicht, das macht die ganze Sache nur schlimmer. Lass mich bitte ausreden, ja? Ich schwöre dir, ich kenne diese Frau nicht. Ich habe sie nie gesehen. Im Übrigen, sie ist bereits wieder verschwunden. Ja, du musst ihr doch auf der Treppe begegnet sein. Nein. Sie muss gerade in dem Moment verschwunden sein, als du gekommen bist. Ich bin niemandem begegnet. Graues Kleid? Grauer Mantel? Schwarze Strümpfe? Was, jetzt mitten im Sommer? Schwarze Haare? Schwarze Kappe? Das muss ja ein verrückter Pugel gewesen sein. Ja. Ein Vogel. Wie? Und das Kleid. Mit Löchern. Was für merkwürdige Klienten suchen dich plötzlich auf. Bestimmt eine Drogenabhängige. Ja, ja, das wird es sein. Vergessen wir es. Was wollten wir noch? Ach ja, die Wiege. Ach, wenn du als Vater auch so zerstreut bist, Lawrence. Das kann ja heiter werden. Komm, lass uns unsere Besorgung machen. Und vorher gehen wir noch irgendwo auf einen Drink. Und noch eine? Ich habe Durst. Kein Wunder bei diesem Wetter. Du fragst mich gar nicht, da bin ich nicht aufmerksam. Entschuldigung. Ich dachte... Du hast gar nichts gedacht. Wo du doch schwanger bist. Du bist mit deinen Gedanken völlig woanders. Ja, die Eingangstür sollte man schon schließen. Jetzt geht es los. Ein Gewitter. Was ist denn? Ich bin ein Kind. Ich habe immer noch nicht die Furcht vor Gewitter verloren. Wir sind hier sicher. Und im Trocknen. Jetzt wird es wohl nichts mehr mit unseren Einkäufen. Na, besser so, als irgendwo durch den Regen zu laufen. Schau mal, wie das Wasser die Scheibe runterläuft. Wie ein Vorhang. Man kann fast gar nichts mehr erkennen. Oh, Simon. Was? Hast du nicht vorhin von dieser komischen Frau in Grau erzählt? Mit einer schwarzen Kappe? Ja. Ja, das könnte sie sein. Wo? Da draußen. Gerade hat sie sich so ein Ding aufgesetzt. Der Regen scheint mir nichts auszulockt. Sie geht ganz hoch. Wo denn? Dort. Siehst du sie nicht? Halt bitte in die Enkel. Lorenz. Du willst doch nicht... Stell doch wenigstens den Stuhl wieder auf. Ich bin gleich wieder zurück. Die Kampare für den Herrn. Ach, geben Sie mir auch einen. Die gleiche? Ja. Nein, lieber doch dicht. Es ist zu spät. Es hört mich nicht mehr. Ich bin schon nicht schade. Du bist ja völlig durchnässt. Was ist... Was ist mit dir? Nichts. Du bist ganz verstört. Hast du sie erreicht? Nein. Die Frau. Du meintest doch... Jetzt. Eine tote Krähe. Was? Dort auf den Vatern. Eine tote Krähe. Jetzt suchen uns diese Vögel schon in der Stadt heim. Was? Widerlich. Willst du nicht wenigstens die Heizung anmachen, so nass wie du bist? Du holst dir bestimmt einen Schnupfen. Lorenz. Hm? Kennst du sie wirklich nicht? Irgendwie scheint sie dir doch zu schaffen zu machen. Oh, sieh mal. Was? Der Wagen vor uns. Was ist der nicht? Das Kennzeichen. Laura. Laura, mein Name. Und dann... Na, das ist ja trollig. Dein Geburtstag. 3-7-4-0. 3.7.40. 3. Juli 1945. Kannst du erkennen, wer am Steuer sitzt? Nein, nicht genau. Eine einzelne Person. Die Rücksteibe des Wagens ist ganz nass und er hat keinen Heckfischer. Jetzt biegt er ab. Ah, sie ist eine Frau. Ich glaube, sie hat schwarzes Haar. Die holen wir uns. Lorenz. Scheiße, muss der sich denn vor uns setzen? Du willst doch nicht... Die kriege ich. Ach gut. Jetzt biegt sie nach Lisab. Ja. Schwarze Haare, grauer Mantel. Ich habe es genau gesehen. Die entwischt mir nicht mehr. Lorenz! Tja. Die fährt ja wie der Teufel. Das muss man mir lassen. Aber ich bin auch nicht vom Pappe, Fräulein Nebel. Gut. Die Ampel wird rot. Verdammt. Sie ist gerade noch durchgewitscht. Aber das macht nichts. Ich bleibe dir auf dem Fersen. Du kannst doch nicht bei Rot über die Ampel fahren. Ich bleibe dir auf dem Fersen. Hast du das mehr? Das mache ich nicht mit. Wenn du Selbstmord begehen willst, bitte. Aber wenn du auch noch unser Kind sinnlos in Gefahr bringst. Nein, lass mich raus. Also gut. Nimm dein Taxi. Sag mal. Sag mal. Ist dir eigentlich klar, dass ich schwanger bin und dass ich mich nicht aufregen soll? Immerhin bin ich schon 39 und das ist ein... Laura, ich bitte dich nicht jetzt. Wie du willst. Die Baracke. Das hätte ich mir denken können. Natürlich. Wie konnte ich nur so blind sein? Die ganze Gegend. Der Weg. Auch jetzt noch nicht gepflastert. Und das Wäldchen. Und die Wiese. Der Ahorn. Der große Ahorn steht immer noch. Und die eisernen Schaukelringe über den dicken Ast. Die Schaukel ist längst verschwunden. Aber die Baracke steht noch. Und dort ist der Wagen. Wie vermutet. Laura? Laura? Hier. Was war das hier? Die Mäbel sind verschwunden. Natürlich waren wir sowieso nicht viel. Was denn das? Das muss unser erster Ball gewesen sein. Ein Stoffwetzen mit Seegras. Da haben die Ratten drin gehaust. Ob sie noch existiert? Warte mal. Wie war das? Wir haben damals abgezählt. Das sieht gediemen Brett vom Fenster aus. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Und dann? Welches Astloch? Die Dielen bestehen fast nur aus Astlöchern. Was ist das zweite? Oder das dritte? Moment, wo habe ich denn mein Taschenmesser? Oh ja, hier. 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 Das Astloch ist locker. Tatsächlich, die Schlachtel. Ob sie noch alle drin sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alle 20. Unberührt. Laura, Laura, hört das denn nie auf? Laura! Ja? Ja. Verbinden Sie mich bitte mit... Nein, ich brauche die Verkehrsbehörde. Worum es geht? Ich bin angefahren worden. Beziehungsweise mein PKW. Also kurz folgendes ist passiert. Ein fremder Wagen hat mich beim Überholen derartig geschnitten, dass ich... Ja, ja, ich habe das Kennzeichen. L-A-U-Strich-R-A-Laura-3740. Was heißt denn hier Datenschutz? Ja, man gefährdet mich als Verkehrsteilnehmer und Sie kommen hier mit Datenschutz. Ja, das ist doch lächerlich. Also jetzt, hören Sie mal, ich bin Rechtsanwalt und Notar und... An die Polizei? Aber der will ich ja doch gerade den Halter des fremden Wagens melden. Ja, sehr gut. Bei der Polizei. Ach, nichts zu machen. Du? Was willst du denn hier? Sei doch nicht gleich so aggressiv. Du weißt doch, Laura, private Besuche in meiner Kanzlei sind absolut... Ich weiß, ich weiß, ich verschwinde ja auch gleich wieder. Ich bin auf dem Weg zum Einkaufen. Der Regen hat ja Gott sei Dank aufgehört. Das mit der Wiege erledige ich nun allein. Ich mag nicht länger warten. Und deinen Anzug von gestern will ich in die Reinigung geben. Nichts völlig verdreckt. Ich will gar nicht wissen, wo du dich herumgetrieben hast. Aber in deiner Jackentasche fand ich eine kleine Schachtel. Ja, ich habe mir erlaubt, neugierig zu sein und hineinzuschauen. Die Schachtel, wo hast du sie? Hast du sie etwa weggebrochen? Nein, nein, ich habe sie nicht weggeworfen. Wo ist die Schachtel? Hier in meiner Handtasche. Gib her. Was ist mit dir? Gib mir sofort die Schachtel. Warum bist du so aufgeregt? Es ist doch nur... Ich will nicht wissen, was es ist. Gib mir sofort die Schachtel. Schrei mich doch nicht gleich an. Es ist doch etwas völlig harmloses. Es ist nur so außergewöhnlich. Zieh sofort her. Au, siehst du mir will, Laurence. Ich möchte nicht, dass du in meiner Handtasche kramst. Da ist sie. Was ist denn los mit dir? Nicht. Ich geh einkaufen. Stör mich nicht länger. Ich werde mich nicht aufregen. Auf Wiedersehen, Laurence. Was? Ach ja. Auf Wiedersehen, Laura. Was ist denn? Was ist? Komm. Komm. Trink diesen Eierlikör. Wenn zwei Freundinnen in nicht mehr ganz jugendlichen Alter wie vier zusammen sind, trinken sie Eierlikör. Schadet auch dem Baby nicht. Bitte. Jawohl. Ein kleines Glas beruhigt die Nerven. Gut, dass du mich angerufen hast. Weißt du, wenn eine Frau schwanger ist, bewegen sich die Männer oft wie Idioten. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber es ist so. Rainer glaubte sich zu der Zeit unbedingt, deine Freundin anschaffen zu müssen. Deshalb habe ich ihn ja auch vor die Tür gesetzt. Ist es das? Ich weiß nicht. Er ist schon seit Wochen irgendwie unruhig, nervös. Ich habe es immer auf das Baby geschoben, die Geburt. Er wird im nächsten Jahr 50. Bis sich er als Vater zu alt fühlt. Aber oft sind gerade die älteren Väter die Idealen. Erst hat er sich so gefreut. Jetzt läuft er herum wie ein Tiger im Käfig. Ich verstehe es nicht. Als ob ich nicht das Recht hätte, nervös zu sein. Aber nein, ich muss ihn beruhigen. Das Wichtigste ist doch, dass der Arzt sagt, dass alles in Ordnung ist. Und das ist es doch. Ja. Aber vor ein paar Tagen... Vor ein paar Tagen? Da war... eine neue Klientin bei ihm. Seither ist er wie ausgewechselt. Was für eine neue Klientin? Irgendeine sonderbare Erscheinung in einem zerrissenen Kleid. Aber das ist es gar nicht. Gestern... Hm? Gestern... rief mich ein fremder Zahnarzt an. Er wollte eigentlich lauernds haben. Ich fragte ihn, was denn los sei. Mein Mann habe doch, soweit ich wisse, tadellose Zähne. Nun... Du drückst ein wenig herum. Und das eben sei das Problem. Laurens habe ein tadelloses Gebiss. Ganz ungewöhnlich gut für einen nahezu 50-Jährigen. Und ob ich davon unterrichtet sei... Laurens wolle sich alle seine Zähne ziehen lassen. Ein Irrsinn. Die Zähne? Ja, die Zähne. Und sie sind gesund. Die Zähne. Alle. Um Gottes Willen. Was? Hört dieser Wahnsinn denn nie auf? Äh, sagst du? Ach, nicht. Und? Äh... Ich habe Laurens zur Rede gestellt. Er hat... Er ist geschwiegen. Das ging nämlich gar nichts an. Schließlich seien es seine eigenen Zähne. So ein Idiotie. Dann wurde er plötzlich ganz liebenswürdig. Ich soll ihm ja keine Sorgen machen. Am wenigsten um das Baby. Er werde alles arrangieren. Ja. Wie? Was war das für eine Frau? Diese neue Klientin. Ich weiß nicht. Ich sehe schon weiße Mäuse. Vielmehr graue Mäuse. Es war eine Frau in Grau. Hast du sie gesehen? Nein. Ich... Ich glaube auch nicht, dass es etwas Ernstes ist. Laurens war nur so sonderbar. Ich habe ihn an jenem Abend abgeholt. Und er behauptete, ich müsse ihr doch auf der Treppe begegnet sein. Aber ich habe niemanden gesehen. Und dann... Und dann... Dann... Und dann meinte ich, sie doch gesehen zu haben. Ja, wir waren noch etwas trinken bei dem großen Gewitter letzte Woche. Ich schaue durch die Scheibe und sehe eine Frau. Genau wie er sie mir beschrieben hat. Wie hat er sie denn beschrieben? Ja, graues Kleid, grauer Mantel, schwarze Strümpfe. Ach, und eine schwarze Kappe. Auf schwarzen Haaren eine schwarze Kappe. Hast du so eine altmodische kleine Kappe, wie... Wie die Pappenkinder aus dem vorigen Jahrhundert manchmal tragen. Und was hast du gesehen? Naja... Ich meinte es zu sehen. Die Scheibe war ja tropfnass. Ich sagte nur zu Lorenz... Da, sieh mal, deine Klientin. Ist sie das? Ja, schon sprang er auf und raste hinaus. Ich schenke mir noch einen ein, darf ich? Ja, sicher. Ja, und... Da war noch etwas. Was? Etwas... Ganz verrücktes. Es ist zu blöd. Sag's trotzdem. Lach wie meinetwegen aus. Ich hatte das Gefühl... Ich... Ich... Ich hatte das Gefühl... Die Frau ist gar nicht nass geworden. Wie meinst du das? Das Gewitter, es regnete doch in Strömen. Aber die Frau... Sie ging ganz ruhig. Und sie war überhaupt nicht nass. Also kam es mir jedenfalls vor. Oh, jetzt hast du dein Eierlikör umgekippt. Er macht nichts. Hier hast du ein Taschentuch. Tut mir leid. Du zitterst ja. Ist nichts. Du bist ganz weiß. Der Eierlikör. Ich vertrag das Zeug wahrscheinlich nicht mehr. Aber du bist doch nicht etwa auch. Oh, in meinem Alter. Mit fast 50. Das ist durchaus möglich. Merkmal. Hat Lorenz dir eigentlich je etwas über die Familiengeschichte der Kronenburgs erzählt? So gut wie nie. Das ist ja ganz eigen. Ich weiß nur, dass die Familie aus dem Osten stammt. Sie soll sehr alt sein. Sie ist es. Ein Zweig der Familie stammt ursprünglich aus Spanien. Es sind Sepharden. Was sind sie? Spanische Juden. Wahrscheinlich nur früher aus dem arabischen Kulturkreis. Meine Güte. Eine andere Linie weist die ersten polnischen Kreuzritter vor. Sehr vornehm. Was? Sie ist auf alle Fälle sehr alt. Und sehr eigen. Warum Lorenz dann ausgerechnet nicht geheiratet hat? Eine ganz banale Bürgerliche. Ich denke aus einem einfachen Grund. Nämlich? Weil du eine ganz normale Bürgerliche bist. Jedenfalls ist Lorenz wie ein Bettelkind aufgewachsen. Das hat er mir erzählt. Sie haben durch den Krieg alles verloren. Nach der Flucht aus dem Osten ist er in einer Baracke aufgewachsen. Bei Sarchem. Einen kleinen Ort in den Wäldern südlich der Endelbe. Von daher kennst du ihn ja. Ja. Aber Lorenz hatte auch eine Schwester. Eine Zwillingsschwester. Hat mir nie davon erzählt. Nein? Und du auch nicht. Was ist mit dieser Zwillingsschwester? Sie ist gestorben. Gestorben? Mit sieben Jahren. Woran? An... Ach, man weiß es nicht so genau. Die ärztliche Versorgung war damals ja noch sehr schlecht. Wieso? Und so kurz nach dem Krieg 1947. Man hatte nichts. Es gab nichts. Wenig Vekamente. Wie war ihr Name? Laura. Ach. Sie starb genau an seinem Geburtstag im Juli. Also an beider Geburtstag. Sie sind jetzt Villinge. Wie furchtbar. Er hat mir nie davon erzählt. Wie war sie? Ja, du bist doch mit beiden aufgewachsen. Damals als Dorfkind aus Sarchem. Das sind alles alte... Ich weiß es nicht mehr so genau. Aber ich erinnere mich an meine erste Freundin sehr gut. Mit sieben Jahren. Nur sie war... War sie Laurenz ähnlich? Ähnlich? Ja. Auch sie hatte dieses rabenschwarze Haar wie Laurenz und wie du. Und sonst? Sie war... Sie war... Sie war... Ganz, ganz anders. Warum bist du plötzlich so einsilbig? Ich? Ja. Na ja, die beiden waren keine eineigenen Zwillinge. Wenn du das meinst, sie waren sich nicht ähnlich. Als ich sie kennenlernte, da... Ja? Laura, ein andermal. Ich muss dringend Joachim abholen. Du weißt, wie ungeduldig er wird, wenn ich hinsitzen lasse. Ich habe das Auto, diese Parkerei in der Innenstadt, da lässt er sich lieber abholen. Aber... Ein andermal. Gibt es denn da irgendetwas zu verbergen? Oh nein, nichts. Alles alte Kamel. Du hast es plötzlich so eilig. Wie war sie? Sie war außergewöhnlich. Ja. Ich erzähle dir mal von ihr, bestimmt. Versprochen ist versprochen. Tschüss. Gestorben. Genau an ihrem Geburtstag. An seinem Geburtstag. Warum? Warum ich mich mit diesem Vorschlag ansehe, wende? Na sicher, es besteht kein konkreter Anlass. Wieso umso verwunderlicher? Ich möchte einfach vorsorgen. Im Fall eines Falles. Meine Frau erwartet ein Kind und ich bin nicht mehr der Jüngste. Sie, Herr Kollege, und ich, wir haben zusammen studiert. Man kann fast sagen, wir sind befreundet. Na ja, beide führen wir eine gut gehende Anwaltspraxis. Rüdiger. Sollte mir je irgendetwas zustoßen, wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie in diesem Fall meine Angelegenheiten ordnen könnten. Nein, meine Frau wird dazu sicher nicht imstande sein. Na, es ist doch eine recht komplizierte Materie. Na, kurz und gut meinen Kundenstamm wüsste ich bei Ihnen in guten Händen. Und, also meine Frau würden Sie sicher nicht übers Ohr hauen. Nein, 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 alles in Ordnung. Nein, ich bin durchaus nicht sterbenskrank, durchaus bei körperlicher und geistiger Gesundheit. Einen Augenblick, Rüdiger. Bist du wahnsinnig? Laura. Ich glaube, du bist wirklich wahnsinnig. Bitte, ich telefoniere, ja? Du hast es also tatsächlich geschafft. Setz dich. Einen Augenblick, Rüdiger, bitte. Laura, wir sprechen alles in Ruhe miteinander. Ruhe, du bringst mich doch ins Grab, du bringst mich ins Grab. Dich? Oder wie soll ich verstehen, dass du den wachst? Jetzt hältst du mal kurz den Mund, ich telefoniere, es ist wichtig, ja? Rüdiger, bitte entschuldigen Sie. Ich melde mich gleich nochmal. Ja, am besten vereinbaren wir einen Termin, um alles in Ruhe durchsprechen zu können. Ja, bis dann. Bitte, entschuldige den Ausbruch. Warum hast du das getan? Was getan? Du weißt schon. So, das. Weißt du? Es gibt Dinge. Aber deine Zähne waren doch gesund. Gerade darum. Was darum? Du wirst es nie begreifen. Ich hoffe, dass du es nie begreifen wirst. Ich begreif's ja selbst nicht. Sich alle Zähne ziehen zu lassen. Bis auf zwei. Der Zahnarzt hat mich angerufen. Laura. Nein, wie mehr ich habe ihn angerufen. Ich gebe es zu. Laura. Nenn mich nicht so. Aber du bist Laura. Oh ja, mit dem raken, schwarzen Haar. Was? Was ist denn das da in der Ecke? Das? Ein Spaten? Wir haben doch gar keinen Garten. Nein. Wie was denn aller wird? Fällst du mit einem Spaten? Eine Krähe erschlagen. Bitte? Eine Krähe erschlagen. Und jetzt lass mich allein. Ich? Ich? Sie meinen also, dass eine Frau, die mit 39 Jahren ihr erstes Kind erwartet, hysterisch sein müsse? Nein, das haben Sie nicht gesagt. Aber Sie haben es angedeutet. Ich danke Ihnen, Herr Doktor. Jetzt bin ich die Verrückte. Laurenz jagt hinter einem Phantom her, lässt sich die Zähne ziehen, kauft einen Spaten, um eine Krähe zu erschlagen. Aber ich bin wahnsinnig. Was ist los? Was ist da bloß los? Unser Hausarzt hat mich angerufen. Unser Hausarzt? Dich, ruft er an. Nein, es geht mir nicht gut. Ich bin hysterisch, weil 39 Jahre und die panische Angst vor der Geburt. Schwangerschaftswahnsinn nennt man das. Ich habe mir auch schon eine Hacke gekauft, um unser Baby zu erschlagen. Laura, bitte. Red nicht so daher. Wie soll ich denn reden? Ich sorge dafür, dass mit dem Geschlecht der Kronenburgs endlich alles einmal so normal verläuft, wie in anderen Familien auch. Ich hoffe, es gelingt mir. Was meinst du damit? Komm, setz dich mal zu mir. Was bedrückt dich? Was sind das für Amtsspielungen? Was ist mit deiner Familie? Warum erzählst du mir nie etwas? Hier, nimm. Ein Siegelring? Ja. Es ist ein besonderer Ring. Na, der Ahnenring. Und so etwas wie ein Ring der Kraft. Und der Verpflichtung. Ich will ihn nicht. Er gehört dir. Schon wieder so etwas Mysteriöses. Der Ring wird dich beschützen. Vielmehr unsere Tochter. Woher willst du wissen, dass es ein Mädchen wird? Wozu gibt es heutzutage Ultraschein? Ein Mädchen? Na also. Aber wir waren uns doch einig, uns überraschen zu lassen. So? Hör zu. Es wird ein Mädchen und sie wird Laura heißen. Nein, auf keinen Fall. Es muss sein. Warum? Ich bitte dich darum. Ich will den Ring nicht. Was ist denn? Ach ja, Krähen. Eine hockte vorhin am Fenster. Sie werden immer frecher. Am Fenster? Ja. Sie schaute mich ganz böse an. Ging mir durch den Mack und Bein. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es eine Krähe war. Die war nicht schwarz. Sah sie so aus wie die auf dem Ring. Es ist eine besondere Krähe. Eine Nebelkrähe. Und wie sehen die aus? Grau. Nur Kopf und Flügel schwarz. Und natürlich die Beine. Weißt du, wie ich meine Schwester genannt habe? Kleine Nebelkrähe. Sie trug nach dem Krieg immer das gleiche graue Kittelkleid mit schwarzen Armen. Wir hatten ja nichts zum Anziehen damals. Und sie hatte schwarze Haare. Rab und schwarz wie du. So. Aber ich habe dir doch von meiner Schwester erzählt. Nein, nie. Naja. Die kleine Nebelkrähe. Übrigens, wenn zu deiner Linken eine Krähe ruft, bedeutet das Glück. Und zu meiner Rechten? Darüber ist nichts bekannt. Ach, darüber ist nichts bekannt. Hast du noch mehr derartigen Unsinn auf Lager? Es ist kein Unsinn. Übrigens, ich muss heute Abend noch weg. Nein, bitte. Es ist schon wieder ein Debitter angesagt. Außerdem können die Wehen jederzeit einsetzen. Es ist dringend. Bitte nicht. Es hängt viel davon ab. Und von der Geburt hängt nicht viel ab. Doch, eben. Bitte bleib bei mir, wenigstens diesen Abend. Es ist nicht möglich, gerade diesen Abend nicht. Was kann denn wichtiger sein als... ...als unser Kind. Richtig. Ich werde Lena anrufen, dass sie bei dir bleibt. Für alle Fälle. Lorenz. Ah, schon wieder. Ich rufe Lena an. Verlier den Ring nicht. Lorenz! Ich habe deine Zeichen verstanden. Ja, du bist gekommen. Unser Vertrag. Der Fluch derer von Kronenburg. Es muss sein. Ich beuge mich. Ich habe mich lange gewehrt. Ich wollte es vergessen. Ich wollte es nicht glauben. Aber du bist gekommen, mich zu mahnen. Ich beuge mich dem Gesetz. Ich bin ganz ruhig, Laura. Der Arzt hat gesagt, es ist alles in Ordnung. Entspannend. Warum hat Lorenz das getan? Was getan? Nicht allein gelassen. Er wollte dabei sein. Bei der Geburt. Er hat es mir versprochen. Er kommt bestimmt rechtzeitig zurück. Er kommt nicht zurück. Ich spüre es. Du bist aufgeregt. Das ist verständlich. Meine Güte, wenn du wüsstest, wie aufgeregt ich war, dann nah im ersten Kind war. Lena. Ja. Ich spüre es. Es ist ein Verhängnis. Was meinst du? Die Kronenburgs. Irgendetwas stimmt nicht. Warum hat Lorenz mich geheiratet? Wie? An weil er dich geliebt hat. Geliebt hat? Ach was? Ich meine... Du hast von Recht, Lena. Er hat gar nicht mich geheiratet. Wie? Er hat meine Haare geheiratet. Meine rapenschwarzen Haare. So schwarz wie die Haare seiner Schwester. Und sie hieß Laura. Laura. Verstehst du? Auch mich hat er immer Laura genannt. Du heißt bei mir Laura. Hat er mit großer Besticktheit gesagt. Warum habe ich mich nun nicht gewehrt? Ich heiße doch Luise. Sehe ich ihr ähnlich? Wem? Sondern Schwester. Sie war sieben Jahre alt. Sie starb. Und ich starbe auch. Unsinn! Du wirst jetzt bald ein gesundes Kind zur Welt bringen. Ja. Was vielleicht noch? Sehe ich ihr ähnlich? Laura. Luise. Luise, Laura, war damals ein Kind. Sie ist ihr ähnlich? Du zögerst. Warum hat er nicht dich geiratet? Du hast ihn doch geliebt. Liebst ihn noch? Laura. Ich weiß, was ich weiß. So etwas spürt man. Nicht wahr? Ich habe recht. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Wirklich nicht? Ich bin sehr müde. Ich glaube, die will ihn setzen an. Fahre ich in die Klinik. Oh, diese furchtbare Regen. Hat er nicht eine Krähe geschrien? War das zu meiner Linie oder zu meiner Rechten? Ich fantasiere schon. Lina. Kümmerst du dich um Laurence? Was soll das? Du brauchst jetzt Hilfe. Nicht mehr lange. Es wird etwas Schreckliches geschehen. Ich spüre es. Ich spüre es. Ich spüre es. Frau Lina Wirtmüller? Ja. Leule. Von der Kriminalpolizei. Wir sprachen uns am Telefon. Ich danke, dass Sie gekommen sind. Wir mussten uns an sie wenden. Sie waren gewissermaßen eine Vertraute. Ja, dann nur noch seine Frau. Eine Tragödie. Ich habe etwas Ähnliches noch nicht erlebt. Fast gleichzeitig. Ein Verhängnis. In seinem Testament jedenfalls hat er sie als Treuhänderin seines Vermögens und als Erzieherin seines Kindes eingesetzt. Das ist merkwürdig. Das ist merkwürdig. Er hat alles vorab geordnet, als ob er gewusst hätte. Wie hieß doch seine Frau? Laura. Eigentlich Luise. Er nannte sie nur Laura. Wie seine Zwillingsschwester. Ja, sehr merkwürdig. Ja, meiner Vater zum Friedhof begegnete mir einen Wagen mit dem Kennzeichen Laura. Konnten Sie die Insassen erkennen? Ja, ein Mann und eine Frau. Im grauen Mäntel? Ja. Und beide hatten schwarze Haare. Sie bekennen sich immer noch der Zeichen. Was sagten Sie? Nichts. Das ist das Gablika. Laura von Kronenburg, geboren 3. Juli 1940, gestorben 3. Juli 1947. Sie ist genau sieben Jahre alt geworden. Die da auferstehen nach der Zahl der vorgesehenen Jahre zum Wohle derer, die sie lieben. Ein Bibelspruch? Ich kenne mich nicht aus. Dort unter der Plane? Ja. Wie ist er gestorben? Ja. Er muss ins Grab gestürzt sein und er hat sich das Genick gebrochen. Sie waren schon lange mit der Familie befreundet? Seit meiner Kindheit. Können Sie sich denken, warum er das Grab seiner Schwester geöffnet hat? Hat er vielleicht eine kleine Schachtel bei sich? Ja. Ja. Und in der Schachtel? Ja. Etwas sehr Mysteriöses. Er hatte eine Schachtel mit 20 kleinen Zähnen bei sich. Milchzähne eines Kindes. Und etwas Grauenvolles. Was? Ja. Wie die Handlung eines Geistes gestürt. Und ich kann es mir nicht anders erklären. Seine eigenen Zähne. Bis auf zwei. Und die hatte er... Die hatte er... Na ja. Sich selbst ausgeschlagen. Mit dem Spaten. Mein Gott. Und da ist noch etwas. Es existiert kein Sarg. Keine Überreste. Nichts. Was sind das für zwei Vögel dort in der Esche? Kennen Sie sich aus? Sie sind ungewöhnlich großraben. Es sind Nebelgrähen. Ah. Sie siedeln eigentlich östlich, da oder? Warum das Paar sich hierher verirrt hat? Ich weiß es nicht. Ja, der Regen wird stärker. Lassen Sie uns den Rest in meinem Büro besprechen. Wir waren Spielkameraden, Laura, Laurens und ich. Und unzertrennlich. Ich war fasziniert von Ihnen. Von Ihrem pechschwarzen Haaren und Ihrem fremdländischen Aussehen. Die Mutter war gestorben. Bei der Geburt der Kinder. Wie übrigens auch deren Mutter bei ihrer Geburt. Mhm. Ja. Im Winter 1946, 47, Sie wissen vielleicht noch. Das war jener strenge Nachkriegswinter. Ohne Nahrung, ohne Feuerung. Ja, ja, ja. Da wird Laurens todkrank und Laura beginnt ihre Zähne zu verlieren. Ja, ich weiß. Völlig natürlich. Zahnwechsel beginnt mit sechs, sieben Jahren. Mhm. Aber mit jedem Zahn, den Laura verliert, wird sie schwächer und schwächer, während Laurens zusehends gesund wird. Mit dem letzten ausfallenden Zahn, Laura ist inzwischen todkrank, die Ärzte stehen vor einem Rätsel, vertraut sie uns, Laurens und mir, ihr großes Geheimnis an. In ihren Lauras Zähnen sei das Leben. Sie verschenke ihr Leben jetzt an Laurens. Aber wenn ihm selbst ein Kind geboren wäre, ein Mädchen, würde sie wiederkommen, ihn zu mahnen, ihr Leben wieder einzufordern. Ja, abstrus, ich weiß. Ich weiß. Aber wir Kinder fanden das durchaus plausibel und außerdem. Tatsächlich, Laura stirbt. Und Laurens wird gesund. Ja. Wir haben damals die kleinen Milchzähne von Laura aufbewahrt, 20 an der Zahl, und sie unter Heiligen schwüren, niemals einem Sterblichen das Geheimnis zu verraten, in einem Astloch der Dielenbrette einer Baracke versteckt. Mhm. Wir wollten in unserem kindlichen Verständnis das Leben von Laura aufbewahrt. Ja. Ja. Wenn man dieser Gruselgeschichte glauben will, dann ist es nur logisch, wenn Laurens, um den Tod seiner Frau zu verhindern, seine Zähne, das heißt sein Leben, opfert. Ja. Ja, das hat nichts genützt. Laura ist trotzdem bei der Geburt gestorben. Also es ist schwer zu verstehen. Entschuldigung. Leuder? Ja? Ja, danke. Äh, die Klinik, Sie wollen wissen, ob der Name Laura für das Neugeborene richtig sei. Nein, auf keinen Fall. Luise, Luise, das müssen Sie unbedingt... Bitte, was? Das ist ja merkwürdig. Ähm, da ist noch eins. Ja? Ja, erschrecken Sie mich. Die Kleine lässt etwas völlig Außergewöhnliches erkennen. Also eine Andeutung vorerst, aber... Eine Reihe von klitzekleinen perlweißen Zähnen. Zwanzig an der Zahl. In der Reihe Fantastik aus Studio 13 brachten wir heute Die Nebelkrähe, Hörspiel von Eike Galwitz. Die Rollen und ihre Sprecher waren Laurenz von Kronenburg, Walter Renneisen, Laura, seine Frau, Hedi Kriegeskotte, Lena, beider Freundin, Heidemarie Rohwedder und Kommissar Bleuler, Peter Rühring. Ton und Technik Karl-Heinz Runde und Waltraud Gruber. Regie führte Andreas Weber-Schäfer. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.